Hallo und herzlich willkommen bei einem kurzen, ich würde es jetzt nicht sagen, was ist, wir schauen einfach mal in Wildstar rein, hätte ich gesagt, in dieses Beta-Wochenende, da zeige ich mal ein bisschen, habe schon einen Charakter statt, ist aber es ist ein 1, in dem guten Eldar, wir spielen einen Stalker und Explorer von den Exiles, also man sieht, wir sind die verstoßen, ein Mensch sieht man ja, ja, viel kann ich dazu noch nicht sagen, weil selbst weiß ich noch nicht viel dazu, ich habe es mal auf der Gamescom gespielt, aber das war es auch bei Wildstar. Deswegen würde ich sagen, ähm, starten oder doch noch, jetzt geht es natürlich, ähm, schauen einfach mal, so ein paar Minütchen, wie das hier so aussieht in Wildstar, ja, was müssen wir tun, deliver Avarus Datacorn to Command, achso, mit Command habe ich noch gar nicht gesprochen, ich habe schon ein bisschen gespielt, wow, 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 wow Ich will meinen Charry-Hackers töten. Jetzt habe ich nicht gewusst, wo er hinläuft, liebe Commander. Sprinten kann man auch in dem Spiel, das finde ich echt toll. Hans, ich gefällt mir das Spiel jetzt schon. Obwohl ich nicht wirklich viel gekämpft habe, was ich getan habe, gefällt es mir eigentlich schon. Oh, muss ich also... Turn on the power-up, spotless as a Commander-Attack. Was ist das? Wo ist das? Hit the lights, an Explorer Mission. Wo ist das? Ähm, wie komme ich da runter? Ach ja, Explorer halt. Ach, sitzen kann man auch, cool. Wie komme ich da runter? Was ist, wenn ich mich jetzt... Ich will jetzt nicht riskieren, wenn ich da drauf stelle, dass ich dann da irgendwo anders hinkomme, aber ich... Das ist ein bisschen dir nichts. Nicht schlecht. Ähm... Okay... Wie komme ich da runter? Wieso schießen die hier runter? Ähm... Ich schaue es einfach nicht. Die, die, die... Die, die... Die, die, die... Die, die... Die, die... Doppelsprung gibt es da auch. Das ist auch echt toll. Was haben wir jetzt dann hier noch? Hier haben wir noch einen Generator. Haben wir da oben noch jemanden? Sieht so weit so gut aus. Wo ist denn der letzte Generator? Hier, wie komme ich jetzt wieder da drauf? Ich habe ein paar mehr Troopien und wir lieben sie. Blablabla. Dodging. Dollar-Tap-1. Ah, okay. Mm-hmm. Complete the Path-Mission. Your Data-Crunch shows you many minimal. For my information, I'll be able to message to spell. Codex L. Okay, oh. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ah, äh, ich, ja. Level up, see what I was. Oh! Shred and Impale. Wie kann man den Titel driften? Wo kann man hier den Titel? Ich sehe es gerade. Drifter. Drifter-Eleder. Ron's Reputation. Cool. Okay, der ist jetzt auch, oder sie, ist jetzt auch gerade runtergesprungen. Wie komme ich jetzt hier da drauf? Nicht. Ach. Aha. Hm-hmm. Ganz heißbar, oder? Wir müssen wohl springen. Das habe ich doch keine Ahnung. Aha. Was? Gearset unlocked. Oh. Okay. Und was haben wir hier noch? New... Was? 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 Support-Utility-Path. Aha. Ich verstehe. Da unten kann man das dann da reinziehen, so. Oder auch nicht. Aha. Ha. Okay. So, jetzt töten wir hier mal was. Der Kampf ist echt cool, wenn man sich ein bisschen, was ich halt doch bewegen sollte. Okay, hier mal das. Okay, gar nichts. Schade. Dann holen wir uns den nächsten. Das sieht... V warst du, oder, mit dem? I just got... Was? I got trouble in the shipwrecking room and the upper-hand-tel was close. You gotta pick up the... Was? Was? Wo soll ich hin? Was? Sind wir noch dritten? Nicht mich Harry? Nicht Harry? Nicht Harry? Da. Mich Harry, Herr Kass. Oh, cool. Danke. Es ist das Beste, wenn du ihn mit ihm sprechst. Viel machen. Was haben wir noch? Bild den Quests remotig. Klicke den Button. Die Quests zurück. Pressen Sie. Du kommst jetzt zum Rallygroom hier. Es leuchtet jetzt. Ja. Sehr schön. Was ist das Wort? Das nächste Teil wird mehr Spaß machen, aber ich lese mir das jetzt mal nicht durch. Ganz ehrlich. Lese ich mir ehrlich gesagt fast nie durch. Was hab ich davon? Wenn es mich durchlässt, aber ich lese mir eigentlich nie durch bei unten spielen. Ja, das wissen wir schon. Ja, 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 ja. Was? Weitlich und die Shield. In den Winter den Quipit. Hab ich da schon. Da drüben. Aha. Nein, 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 nein. Nicht da drüben. Ich nehme mal an, ich komme jetzt nicht irgendwie wieder gescheit darauf. So. Just the group, wenn du Klicke... Ja, das braucht es nicht. Wir machen das jetzt mal solo. So. Bitte was? Was wird das? Oh, nicht runterfallen. Oh Gott. So. Was hab ich eigentlich hier noch? Liquid Courage. Ah ja, ich hab ja irgendwas getrunken. So. So. Was hab ich eigentlich hier noch? Liquid Courage. Ah ja, ich hab ja irgendwas getrunken. Ich wollte nämlich eigentlich auch die Welt jetzt endlich mal sehen. In Gambler's Pens. So. 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 Zuembitteln. So. Äh. Zuerst möchte ich jetzt mal meine Hose anziehen. Compile Collection der Relic Room. Was? Was? Was soll ich hier tun? Da. Finger fütter mit der... Was ist das hier? Was habe ich jetzt geöffnet? Was? Ach! Die hier oder was? Hm. Das wird jetzt mal öfters... Ach, Questtexte vielleicht doch durchlesen. Okay, äh... Was? 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 Ach, jetzt ist es doch hier das. Okay. Mh, 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 okay. Halt mich, Sugar. Mein Vater sagt, wenn du nicht Danke sagen kannst, sollte er nicht einen Erholung fragen. Locken und laden. Irgendwo müssen wir hin. Zum Commander wieder. Was ist das jetzt schon wieder? Das ist... Nein, was ist das? Was ist was? Was geht der um? Oh. Es erinnert trotzdem ziemlich von der Optik her, also von der Grafik her, und Stil an W.O.W. Es kann wirklich schwer sein, dass sich manchmal wegzulassen. Ich kann trotzdem die Hände der Tren und Oren hinter den Arborgen hören. Mhm, aber wir sollen zuerst auch... Wir sollen auch von dem... Wie sollen wir da raufkommen? Hey, du. Stib einmal. Das war wohl Kill the Chua-Attackers. Rescue Wedges. Ich will zuerst mal wissen, wie ich denn da... Jetzt für den nächsten Schritt, Freund. Ich hoffe, das funktioniert jetzt nicht auf Zeit. Nein, die bleiben noch da. Ich würde ja gerne die Aussicht jetzt hier genießen, aber... Ich mache mir eher Sorgen, dass ich jetzt auf einmal... Woppa. Unterfall. Nur ein bisschen mehr und du bist fertig. Was habe ich jetzt getan? Irgendeinen... Was weiß ich, was da oben aufgestellt? Wowee, das war einer für die Chronikler. Okay. Hätten wir mal geschafft. Entschuldigung. Ich... Es küsse jetzt einfach mal da... ...Körfeld ein, ein bisschen runter zu... ...springen. 25 Schaden, damit kann ich leben. 13 Schaden auch noch. Rescue Veggie, sehr amper. Ich muss das auch noch retten. Retten. Einst, der drei. Okay, wo ist der? Ein paar Karotten oder Kartoffeln und Sellerie. So, jetzt müssen wir nur noch die Attacker töten. Hier, was sind denn das? Für kleine Zwerge. Wunderbar. Ich finde das cool mit so 100%. Dann weiß man halt nicht, wie viel man töten muss. Aber tötet man halt ein paar. Finde ich schon cool. Das ist nicht falsch. Die muss ich gar nicht töten. Egal, auch die bringen Erfahrung. Aber wieso haben wir eigentlich nie was dabei? Wo sind die Chua? Chua. hat er gerade eine Pflanze getätet, ich glaube sie nicht. Ja. Great job, aber wir sind noch nicht aus dem Wald. Ich hatte gerade, da vorne ist aber noch ein Turret, sehr gut. Super schön, hm. Ich weiß nicht, dass ich das ganz verstanden habe, aber... Die sind ja momentan noch hier. Und auch ein Turret, ja, sehr schön. Highborn Command, ach, das ist unser Shield, weil das hatte der jetzt auch gerade, oder wie? Tja, der ging daneben, mein lieber Freund. Next. Turrets, Turrets, Turrets. Ich suche nur noch nach den Turrets. Na, das sieht mir noch in einem Turret aus. Was denke ich das hier? Wäre ich denn mit Usikon gelesen? Nein, oder? Ha, ich höre. Bleib fokussiert, wir sind noch nicht fertig. Äh, okay. Da kann ich nichts machen. Ähm, der war gerade vorher da, hm. Muss ich jetzt warten, oder muss ich irgendwas tun? Damit er kommt. Gut. Ähm. Da haben wir ihn hier schon. Gut, der hätte nicht viel aus, aber er macht doch verdammt viel Schaden. Aber... Den wären wir fertig. Besser gesagt, wir würden fertig. Und sprinten wir mal zu Arik Ratleaf. Hm, man könnte schön weit rauszoomen. Ja? Da bin ich sicher, dass ich dich umdrehen werde. Es ist die Lüge, die gearbeitet, wenn Folle nicht. Aha, aber Darko schickte mit dem Teleporter in der Greenhouse und ziehe dich zum Terminal. Ja. Machen wir doch gleich. Wunderbar. Schau mal, dass uns jetzt in der Terminal Junction erwartet. Ich warte immer noch darauf, dass wir einfach auf dem Planeten nicht unterkommen, oder so irgendwie. Ich würde ein schön gutes Armschiff hier, aber ich würde gerne auch das Land noch sehen. Du kannst frei sprechen. Gebe sie mit deinen Hörern. Neue Waffen. Gebe sie mit Ihren Hörern. Das Hologramm von Professor Wunderbar. Wo ist denn der? In die Richtung, sehr schön. Aha. Sieht aus wie in Wartebereiche. Oh, was ist... was bist du? Hä. 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 Two. So, Level up. Stagger. Mh, 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 okay. Duelling Attributes erhöht. Gut. Close. Gut. Gut, das Lot ist klar. Nude Zone. So, noch von. Da ist der Grund. Da hätten wir vielleicht hin können, oder was? Nein, du bist Dorian Walker. Nein, du bist Dorian Walker. Wo ist Dedei? Oh, sieht so aus, als könnten wir jetzt endlich mal wieder zurückflücken. Ja, ja, ja. Das klingt gut. Embarkt wird nochmals. Du kannst nicht zurück zum Flugzeug. Wir werden alle in die Selektion verändern. Und wenn du die Selektion wählst. Ja, ja. Wir wollen zu dem nördlichen Wildnis. Und sehen dann endlich, wie die Welt aussieht. Transport 3, y'all are clear to depart for Nexus. Destination, the city of Thade. I got reports of Dominion patrols in the area. Probably searching for undefended transports. Be safe, and good luck. Transport 1, you're hit. You need to get out of there. Scanning for alternate landing zones. There. You can just take it to the northern wilds. All passengers, brace for impact. This ain't gonna be pretty. Anyone alive down there? Please respond, Shuttle 3. I'm detecting movement. We have another survivor down there. Repeat, we have another survivor. Oh, shake, shake, shake. Let's talk. Speak to Bosun Redmark. Das sieht jetzt aber ganz schicke aus. Zumindest wirkt das, ne? Achieve, ja, Achieve. Achieve. Achieve, achieve, achieve. Achieve, 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 achieve. Rescue and trapped survivors. You killed me Yeti. Das sind Yetis. Ich glaube, da rechts ist schon so einer. Yeti Frost, genau. Uh, siehst du aus wie ein Yetis. Wirklich mal eins. Drei. Hey, es wird tatsächlich gestunnt. Oh, das ist halt verdammt viel guter. Was haben wir denn hier? Ach, das kann ich wieder lesen. Dann müssen wir noch ein paar Yeti hier zu kennen. Zack. 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 Was haben wir hier? Oh, was haben wir jetzt bekommen? Das kollert Yeti tief. Ich glaube, das sind Diamante. Okay. Das war's. Das war's. Das was? Das ist ja nicht cool, oder? Das war eine Waffe. Ich habe gar nicht probiert, wie man hier abgeht und man zieht leider keine Fußstapfen sowie WBs sogar schon. Schade. Geht mir eine Lawine? Gehen Lawinen ab. Das ist für mich so ein Levin, der durchfällt. Hm. Gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt ein bisschen was von der Welt gesehen. Ein bisschen was von Wildstar. Ich mache einen Cut. Vielleicht kommt noch eine Folge, vielleicht nicht. Das werde ich dann einfach entscheiden, ob ich aufnehme. Wir werden nicht dann noch einmal hier reinschauen ins Beta-Weekend. Ich hoffe, ich habe euch einen guten Einblick dazu geben können. Dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Bis dann. Ciao.